Worthy of my talent Nein, der hat doch Spellbook Ja, Spellbooks heißt, der hat überlegen weit mehr Pressure Ähm, der warded hier, by the way, maybe Der Gnash-Supporter Also der letzte Runde hier warded Ich glaub nicht, dass wir nochmal topside warden werden Oh mein Gott, ich hab einen Maus-Bug gehabt Äh, der Zillas Geht glaub ich für diesen komischen Burst-Build, ne Mit Ludens und First-Full Das ist gut für mich Ja, der ist für dich tatsächlich killbar Also der spielt so Psychopathen Äh, Zillas spiel der Wenn er rein, wenn er früh Deep geht Ich hab schonmal gegen Endicary Easy Game gewonnen, weil das Deep geht mit Zillas Mhm Du bist dann Argoin-Gin raus Mhm Ich hab mich nicht daran erinnern Wie kalt ist der, kann ich wieder, kann ich Also, Easy Game, egal Äh, hier, Push, wie sieht's aus Ich sollte Mitte-Push haben Okay, Raptorn wird der sehr geil Wobei Der hat letzte Runde einfach Raptorn gar nicht gewordet Ne, der hat die nicht gemacht, letzte Runde Ja, der hat die einfach nicht gemacht Aber ganz ehrlich, wenn Raptorn nicht gemacht, weil du wardest, da sollten wir eben Raptorn wohnen Ja, ich versuch's wieder dafür zu gehen Ja, ja Level 1 kann das theoretisch contesten Muss man aufpassen, in dem Fall könnten die vielleicht sehr viel Gangs spielen Level 2, 3 Ja, ja Okay, der lässt Push Okay Ihr habt auch nicht gelegt, ich stoppe ein Er will die Wave unfreezen Entweder ist Bottlish oder Solo Start irgendwo Mh, unten die starten in lane Ja, Solo Start Das heißt, ich bin ziemlich gankable Ich ward jetzt direkt Raptorn, ne? Mh 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 Raptorn skippen und Bottling ganken Mh 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 Oh mein Gott, sie überlebt das, oder? Yes Ah Welche Sums? Leona Flash, Ignite und Heal Er hat am Blue angefangen und folgt jetzt Na Gut hin vor Vielleicht kannst dein Mikrofon wieder ein bisschen wegmoven Ja, sorry Es ist actually okay, die Leona hat den Fütters fast Club bekommen Not too bad Herr Drosser Ketteln auch, ne? Ne, ich hätte nicht Oder? Hat mich die angeflasht blöcke Nein Oder? Doch, 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 doch Ich hatte einen Flash E gemacht Er hat Flash E gemacht, doch, doch, doch Ah, ihr dann Kommt der Bot Pry oder freest ihr gerade? Äh, den Slope in der Richtung Könnt ihr den Hard pushen in der Live von 15 Sekunden? Ja Der Mitte von denen muss eigentlich basen, ne? Ist der so los Dann Spirma für Krab und Apple Krab Hm? Er, Leona kommt aus der Base irgendwo für Ja, ja, die wird, die wird Mitte gehen Sieht nach Reset aus von ihm Leona ist nicht Botland, ne? Ich bin... Ach, ne Komm mal mit, Karne jetzt Mitte Oder ist die Wave durch? Beide und 3 Ich soll nicht ganz durch Okay Dann müsst ihr das Ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch Wenn der VEGO kommt, glaub ich, fight, 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 fight Zillas will base unter den Gass Rennbrücke dann Ja, war sofort da Wenn wir mit Pryo halten, dann halten wir nicht, ne? Doch, doch, doch Ich hab immer Pryo Ich mein, also jetzt aktuell kann ich für die Krabbe gehen? Weil der geht auch weg Ich push direkt, ja Ja, ist er Ja, ist er Der Mitte freeset auch von denen Oder so Haben wir Top Push? Ich kann ihn holen Ich kann ihn holen Innerhalb von 5 Sekunden fighten wir hier Ja, der geht in die Mitte rein gerade Ja, also Ja, der spielt kein Pressure Also, ich glaub Der hat den Push jetzt auf der Web Der Push Ich hab auch Push Ich kann move'n Ist free Dann recall ich direkt Ist free, ist schon fertig Ja, ja, dann geh ich nach unten Ich werd mich hier nicht zeigen Oh, der Silas kommt hier? Ne Ne, 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 ist in der Round, na, ja Bin weg Ja, der passt von oben nach unten Leona ist wieder missing Leona ist wieder missing Leona ist wieder missing Ist aktuell hier Meitere Player haben kein CP Top Set geworden, ne Slow Push wieder den Gegner rein unten VEGO wird da sein, ich auch Aber VEGO vielleicht ein bisschen früher aktuell Also, er ist jetzt gerade hier Was hat das Control? Wart man da? Im unten in den Slow Push Ich werde da hinten durchstehen Diesmal kann ich hoffentlich VEGO one-shotten Mhm Wo er sich das kriegt Wie weißt du von VEGOs Tempo? Also Er ist so ungefähr fünf Sekunden früher als ich da Ja Klingt, ich halte die Welf jetzt schon Ja, okay, mach das zehn Sekunden dort Es gab gerade einen Bug Mein Welf ist einfach stuck gewesen an meine Flagge Also er wird ein bisschen früher da sein als ich, okay Und ist die Pete's Wir können nicht für den Kennen gehen Wir können nicht für den Kennen gehen VEGO kommt Wie gesagt, wenn VEGO auf euch geht Feilt mir VEGO Leona? Ich habe gleich EQ, zwei Sekunden Wir haben beide keinen Flash Okay, raus Der blieb für Tempo stack Ich glaube ich schaff's trotzdem Okay Die hat keinen Flash Jutsch 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 Ich bin früher Level sechs als der jetzt Ich kann Mitte vorbeikommen Aber du bist so gut, es ist actually insane Danke Muss ich mal kurz da anmerken Ich hatte Angst, dass du nicht gewinnst Der on hat jetzt die Gnice Ändert nicht wirklich irgendwas Ich bin immer stärker Rego hier oben? Willst du da invade? Ich habe Zeit Und ich bin über der Leona Ich kann kommen Auch in on mit die Gnice Ist nicht gut Lass wir weiter für Bot spielen Ich pass jetzt per völkere Bot Ich bin sehr sehr safe Machen die ganze Zeit Action Drück ich jetzt zu on V9 Wir haben Leona Stopwatch auch bekommen Ich habe meine jetzt gleich noch Ja, die ist auch geflasht glaube ich gerade oder? Ne, ne ist die nicht Ich habe zwei Items Katelyn hat einfach nur Attack Speed Really nice Ja, Glöcki macht viel mehr der Wünsch Eventuell mit dem Drake Angle hier oder? Ne, wir gehen nicht dafür Ich habe einen kleinen C-Speed mit rausgespielt Good Job Ja, das wissen wir Ich mach da mehr raus Der hat nicht mehr Ich habe auch einen kleinen C-Speed Top-Name Die kriegen hier unten Wuh, Ducky He 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 Dommole Der Wego hat gerade seinen Partner geentert Äh, die Botlane ist missing Das bedeutet ich bin früher als er Botlane Das ist auch missing Könnte ich nicht Top-Dive Könnte ich Top-Dive Ich glaube, wenn dann machen die gerade Dragon Die machen keinen Dragon Die machen keinen Dragon Okay, Leona ist Mitte Slowpush einmal Botlane, dann machen wir Dragon selber Oder Dive Die machen Harrods Die machen Harrods Wait, dann auf dem Slowpush können wir Botlane hinein Yes Wieder zwischen Turrets Die Kate hat jetzt wieder Flash Katelyn, geh mal bitte alleine für Vision Ich habe auch eine mit Die machen Harrods Ich muss Respekt Ich komme jetzt direkt Ich komme jetzt direkt Ich komme jetzt direkt Oh, das ist wie gesagt Wir haben jetzt direkt Wir haben jetzt direkt Ne, ohne das ist am tollen Ich bin am schön Oh, das hat halt mitgemacht Das ist gut, das ist gut Ja Keine Pion Wir haben ungefähr 20 Sekunden drückt, okay Ja Wir können auch für die Three Force und wenn keiner von denen kommt Kann jemand die Gäme mit Gehen bitte Ja Na gut, da gehst du Ich kann Ding was holen Hast du eine Queue? Wir haben eine Queue Ich soll dich den Damage hier missen Nice Guys, wir sind so viel stärker als die Die können nichts machen Jego keine Ult mehr Syllas keine Ult mehr Wir muchen jetzt aus Mitte gleich raus Die sind viel zu low, wir gewinnen alles Wir gewinnen alles Okay Jego und Syllas keine Ult Und auch sehr low Aber wenn Syllas auch Warte darauf, dass die auf uns gehen Nicht hucken kann Die warte darauf, dass die kommen Aber Syllas wird auch muchen, ne? Ja, aber keine Ult Ja, wir gewinnen, wir gewinnen Die muss ich die Tower laufen lassen Okay, dann darf ich jetzt Okay, dann darf ich jetzt Ich nehme mit Ignite Raus jetzt 4P kommt Jego ist auch dabei Das war actually Wir wussten nicht 4P-Platt, ne? Das ist nicht so schlimm Nein, nein Ein Klick für TPS-Action sogar war Ich krieg zwei Platten dafür auch Das war der Das war ein Hertha Herod Weil die können Dragon wahrscheinlich damit, ne? Hat die Katelyn geflashed? Nein, nein, die müssen erstmal dicht gefunden Hat die Katelyn geflashed? Ja Wird auch was denn für Guildforce Dann ist richtig Dann ist richtig Overstand für Dragon Wir haben auch Mitte push Ja Nein, die kommt zuerst aus der Base Kannst du nach der Wave kommen, bitte? Ja Kommst du auch aus hier? Ja Aber Achtung, Achtung 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 Okay Nice Okay, guys That's okay In welcher Richtung ist Vego gelaufen? Äh Ich glaub Topseide war das, ne? Oh, ja Ich könnte es vielleicht mit der Def halten, ja achtung Alles gut, los Ich würde das actually wiederholen Achtung 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 Ich kann nicht weiter erweiten, ich muss nach unten gehen Ja ja Wird einfach rausseite, oder? Kannst du die Wave Slow pushen, Bricky? Äh, ich glaube ja Klar Okay, dann gehe ich direkt nach dem Base-Bot-Lane Na, ich will dann Quacks fahren Ja Weil sie, glaub ich, jetzt schon die Wave hittet I'm trying, though Okay Ich glaube, das nächste Wave Das Glaub ich kennen auch Wo machen die Harrods-Plane? Ja, eigentlich erst mal in die Boat-Lane Die müssen uns beantworten das wird gleich also wir gewinnen aber auch alles deswegen also wenn ich die trolle sind die frakt die haben schon tempo die haben schon tempo den stunden aufpassen ich habe noch keine ich habe noch keine zeit sondern die werden jetzt schon die beginnt schon hier sein okay dann kann das contesten was bitte nicht die welt abgeben okay damit leider schon hier wissen das wird also sehr predigt sein leona hat schon 6 die gehen auf mich glaube ich das ist ja so dass es hier die haben beide geflasht das ist das einzige was ich machen kann ist jago tot dann kann ja ja das ist okay dann ja du musst vielleicht bot die fänden gehen ich habe nur eine ult wir können auch wir können nur mit meiner ult und deiner ult vielleicht feiten kann ich ja 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 ich habe auch geknallt denke ich dass die hier gelöst ist lasst mich bitte kennen oder so oh warte auf mich warte auf mich wenn ich jetzt komme dann gehen wir nicht nach nein 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 ich will basen ich habe nichts aber ich kann die katil ist alleine sohn will sie spielen der kann jetzt immer move und der ist sehr stark ne also ein bisschen respektieren müssen wir jetzt weißt du seinen flash timer nein ne gerade eben hat 1450 stimmt wollen wir einen play machen auf salester kenn du ja die helden bot die helden bot die helden bot ich glaube ich schon gone oder na der tower ist noch nicht der tower ist mehr als ein charge noch mehr als charge wenn ihr euch beeilt können wir spielen ich will mitte play machen die erwarten dass wir bot sind ok auch fein wenn wir jetzt reingehen dann zeigen wir uns trotzdem unten ja jetzt könnt ihr euch zeigen actually unten unten wurde gehalten wir haben ein normales gang mit der gehen rein action ja ich bin gleich da leona wird auch mit dem die kommen alle mitte die kommen alle mitte die kommen alle mitte oh mein gott die sind alle die sind alle bei dir ja lego ist auch da komm mal her carny ok ich bin doch unten bei der ich kann auch kommen toiken ich kann hoffen aber ich würde lieber top ten pushen game läuft super leute keep it up sehr 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 der wego kann flash at late also we one shotten ihn mit allem die mit seinen garten willst du auf ihn gehen wenn wir on sehen ja machen wir haben unten noch insane vision komm mit ich bin sehr sehr stark die kettin hat noch keinen der city ne ok ich glaube das war's ich gehe gleich bis zu den ok der on hat ewig mitte geholfen ja 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 nichts gefahren das heißt gut dass wir nicht reingegang sind wir sollten weiter mit brücke spielen er wird es ab ich weiß also ich bin confident also du kriegst du wie du keine prior so wie ich es sehe oder das ist korrekt weil auch einfach die idee ich habe im moment keine sums wenn wir uns engage und wego ist dahinter hab ich nicht fucked ok wenn ich da bin also was brauchst du damit ihr prior kriegt damit wir für euch spielen können nicht direkt bei mir in durchleicht ja dann bin ich direkt bei dir jetzt vorsicht vor und tp ich kann grad nicht canceln wenn es gleich anleicht und schnelle finger auf meinen gale force damit ich nicht geholfen dann holt mal prior hier ja und was auch mein geld geist bitte hätte ich mit euch raus 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 das witzig so lassen wir auch langsam auch ok wir gewinnen einfach nicht oder wir haben auch die privat wir sollten wir nicht fighten ja wir gewinnen auch das training da einfach nicht ja wir werden das einleitern ich habe null damage gemacht im trade wir waren auch einfach ready das macht die ganze zeit schon also wir sind ja auch ready wie lauter ja ich habe mir geld gelassen das ist ja das was ich meinte das ist ok haben wir tempo für dragon da ist ja kein tp ich kann top oder tp das ist echt huge ja und ich kriege mit turret vielleicht das wäre das insane der one hat keinen ult dann lass direkt für dragon gehen ich bin gleich mit ich bin gleich mit ich bin gleich mit ich bin gleich mit wenn das noch top ist das ist sehr gut für uns erwartet bitte dass er noch top ist sonst bin ich aber third ich habe auch kein tp wir fangen schon an wir müssen ihn anfangen er wird kommt er wird kommt dann kriege ich top sein drum rush it rush it rush it und ich gehe dann board ja ich muss zusammen board sogar ich bin gleich mit ich bin sehr wichtig vorsichtig das gleiche genau ein bisschen lang will ich gehen hier werden wir dann mit turd kriegen wenn wir whole king move haben können dann nicht nein ich nehme turrets ich habe noch keine ulti erst ein 20 wieder ja ok wir sind safe sind safe vorsichtig die waren hier an der Seite alle engage Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ein Leben, ein VEGO, ich habe in 4 Sekunden Ulti Der macht auf Zaun, guck! Habt ihr den? Ich bin auf A-Round gehen kann Starker Grund Hyrule direkt? Hyrule direkt, Hyrule direkt Ich habe auch noch Ulti, ich bin richtig stark, ja Wir haben eigentlich einen Threat bekommen, holy shit, ey Wir haben Drakens Software bekommen, also Na, ist super, super Wenn wir jetzt noch Hyrule kriegen und die fallen die ganze Zeit Topline fahren, ist nicht bad Wir haben Wattline-Farm verloren? Ja, aber nicht schlimm Wir haben glaube ich 4 oder 5 Waves Topline verloren Und unten die Waves freest wunderbar zu uns Ja, muss ich nicht mal Ne, nimm sie einfach, oder? Ne, 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 folge Alright Labe dich Scheint man sich Armor bauen diese Runde sogar Na, Drax to the Soul Wind Condition, no? Soul Point Also, wir spielen mit demnächst Ähm, Bot Division dann Bot Tier 1 spielen Ja, ich hab die Pete wahnsinnig in einer Minute Ordentliche Pete, Thomas hat die Pete Dann bleibst du oben, wir spielen für Bot Oder? Ich hab zwei Items Irgendwie gut Ja, wir müssen nur den Zillas mit Nautilus Ulti ein bisschen Respekten, ne? Ja, ja, ja Der ist auch einfach straight up fucking One-Shot, ne? Ja, das ist straight up One-Shot Ja, das ist straight up One-Shot Die Kälte in das Toplane, können wir das panischen? Hat die Sams? Äh, ja, die hat Sams Ich würde einfach für Bot spielen mit Harrod Okay, dann werde ich versuchen nicht Beifahr zu sein, wenn Thomas 5.000 HP Ich kann nicht hier rein Ey, gut, die anderen beiden sind oben, ne? Ich brauch dich trotzdem hier Push, 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 push Ist halt on, ne? Ja, und ich... Ich krieg Pushy auf die Lade Mit Stopwatch, aber wir gewinnen für Show 3, 1 Der hat auch Kiel, guys Wir bleiben ihn auch Das ist sehr einfach sogar Der ganze Top-Wave ist weg Wir haben einen Damage gemacht Wir haben schon den Tower Ne, Zillas ist wieder missing Maybe Delive Bot oder so? Ne, der ist Top-Sight gehovert Zillas ist wieder da? Was hat... Wollte ich mit der Rotieren als den Bot? Ne, ich Harrod jetzt einfach Okay Das ist nur das Problem, der kann doch nicht... Äh, die Leona hat Flash Die Leona... Leona kriegt er mit Lane Ich glaub die P in 18 Hab ich hier Vision gegeben? Alles Und dann retag... Also lass die Wave nehmen, wir retag in Top-Sight Wir machen null Progress gegen mich Okay, ich zieh durch, okay? Ja Leona kann hinter dir sein Freddy, ne? Wer all mine? Ja, ja, ja Schönes Ding, supergeil Ich hack Tority die ganze Zeit Die nehmen wahrscheinlich nur unseren Reds Die können Rap-Up schon gesteht haben schon lange, ja Längst jetzt, ihr Mitte, ich Bot DP ist ready Ich tap hier nach vorne Oder was ist mit Morde-Bot? Pass auf oben, pass auf Morde-Bot Ja, aber die Zeit, das war gerade Mitte, kehrt dann auch Okay Warum geht nicht Mordecai jetzt Bot-Lane? Ich geh jetzt Bot-Lane, ja, schon Okay, wir wollen Drag-Spiel, no? True, 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 true Wir haben auch Insane Vision Bot Actually, jetzt aktuell könnten sie auch trappen hier Wir müssen ja mal Mitte spielen zuerst Vier Mitte, ich komm immer mit Ich komm immer mit Ja, ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit Wir haben Zeit, wir haben Zeit Schön Wenn wir go Ich hab mal an der Thema ist jetzt auf ihm Und als nächstes hol ich das Sonja's Das ist eigentlich unser Mid-Push, ne? Er hat die Wave, ne? Dann geh ich Bot Oder soll ich jetzt Top gehen? Actually, wir sollten alle zusammen Top gehen Einmal Top rauspushen Ja, wir haben noch keine Wir haben auch Mid-Prior Lauf doch nach oben Der Typ ist auch schon gut Und eine Bot-Wave, ne? Oder nicht? Wir sehen uns Wir sind gerade überwischen Du bist zuerst Wir nicht Mach das nicht, mach das nicht Die haben hier ist das den hier Gebiet Dann geht es gerade mit auf Und das sind wir haben jetzt genug Das ist okay Und auch mit Ich hab jetzt auch Nächste Wave Okay Ich hab' wir hier in 2-Mid-Lane Wir haben hier Vision Kann ich gleich lernen Ja, wenn Javan dazukommen kann Können wir das Spot-Side-Area retaken Ne, wir nehmen jetzt erst Mid-Wave Wir groupen 5-Man-Mitte Die sind hier, die sind hier Wir groupen 5-Man-Mitte Ich bin auch Red Oh, kurz auf Agri Ich bin auch auf Agri Hast du noch Sonne? Naja, 1-Shot So, die können weiter damit hier Ist vielleicht nicht schlecht Oh man, ich bin einfach Okay Das ist glaube ich best Wir haben Full-Vision dort Ja Warte einfach, was ich mal Zeitwerk zeigt Das nächste Mal Wir haben keine Ultis Für Dragon Also, vielleicht müssen wir jetzt Wird abgeben Werden wir Ja Was ist Freddy? Die haben keine Leona-Ult Keine Silas-Ult Keine Orn-Ult Keine Orn-Ult Ja, Orn-Ult Nächste Wave gehört eigentlich euch Wird uns Okay Dann sollten die eigentlich, wenn möglich Aber nicht basen lassen, ne? Ja, genau Hast du noch einen Turret? Ja Wir haben einen einzigen Ward für Dragon Ja, das heißt Wir können sogar Wave pushen Ich weiß gar nicht, wen nicht Geh holten sollte Wenn du kannst, VEGO VEGO Der ist full damage Die Game Wo ist Leona? Wo ist Leona? Ja Ich denke, unter euch ist der Asierturm VEGO ist ein Fock, ne? Hm Feiten wir? Die gewinnen gleich Ja, 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 ja Nicht reinflaschen Boah, ich hab noch Defend Nice Nice Ich geh weiter, ich geh weiter No, go Nash Maybe go Nash 3-2, 3-2, 3-2 Ulter sie Okay, wir fighten dann das Drake Jetzt Nash Jetzt Nash Jetzt Nash Bitter Nash Ich hab TP, wenn ich up bin Du solltest wahrscheinlich zum Dragon TP'n Ornn hat Smite gecrafted, der möchte stehlen Kann er nicht Ornn hat Smite gecrafted, bitte burn mines Er hat auch Flash, I think Feiten ist bot Ich smite auch den Drake, aber Sehr schön Wir brauchen Wir brauchen So TP zum Dragon, no? Ich glaube, ja, aber ich kann nicht Cait dann on killen Ja, aber sie hat auch TP Dann TP'n hat sie direkt Hat Sylas TP Onult Okay Warte mal Da oben, der hat Smite Der hat Smite Kannst du rübergehen, Freddy Und den weg ulten Noch nicht Okay Ich hit'n, ich hit'n, ich hit'n Geht immer rüber Geht immer nach Schön Wir müssen base und dann Geben für Dragon Ich hab' sie gecancelt Ich hab' sie gecancelt Durch TP'n? Ich will Nein, 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 was denn? Ihr müsst nur Zeit rausholen, ne? Ich hab' erst 30 holt Aber TP'n mal Also, damit sie den nicht instant machen Ich hab' gerade schon einmal gecancelt, ich guck' nochmal So, ob wir da rausgehen Ja, kann sie anfangen Nice Holt uns 20, davor bin ich nicht stark Ja, Ornn ist auch geflasht Ja Der ist free Wobei wir die noch nicht sehen, ne? Ah, bis der ist auch Okay Direkt bot Direkt bot Direkt bot Ich hab' alleine mit dem? Ich hab' keine TP'n, okay? Okay Ja, ist doch nicht schlimm Wenn die mich in Geld und wenn ich sterben Die sind echt die top Die wollen einen mitnehmen wahrscheinlich Die kriegen ein Thrill Mit mehr nicht Wir pushen auch sehr schnell mit mir Tatsächlich Also, wir haben gerade Tempo des Jahres Wer wartet? Mitte oder bot? Darf ich kurz? Oder es gleichseitig, ne? Hard push, ihr müsst hart pushen Okay, wir pushen beide hart Nein, nein, ich push nicht hat, ihr müsst Ich muss jetzt pushen Die werden vielleicht für was gucken Und nach Ridley oder Ult Wir machen, wir hitten mit den Thirts Aktuell machen wir mit den Thirts Wir machen mit den Thirts Wir machen mit den Thirts Wir gehen mit den Thirts Die gehen mit den Thirts Die wollen rein, die wollen rein Die laufen, die laufen Nicht rein, ich kann nicht raus Ich bin schon tot Ich bin schon tot Ich komm noch nicht mehr weg Und fesh Weitere pushen though Wir kennen halt keinen Thash, ne? Die kennen halt keinen Thash Los posh, wenn es geht Slow posh, wenn es geht Jetzt hat das Mittag, der gold Wir haben nicht so slow gepusht Okay, okay Es ist keine Wäte mehr mit Und wir sollten jetzt nächtlich nicht übertreiben Und wir sollten jetzt nicht übertreiben Ich habe nichts mehr gekriegen sollten So und Top-Mann nocheto? Ja, lass einfach resetten Gehen hier rein On Contest! Da das Move, da das Move, Spottlich. Nicht so free, glaub ich. Ist guter Folkdown. Wir haben mit Progres jetzt, ne? Mit der Progres, mit der Progres. Ich kann nur ganz kurz hitzen. Auf der Spiel. Ja, ich geh ein bisschen zurück. Wir sollten den Reset in den Top gehen, Guys. Ja, ich denk auch. Wir haben auch zu schnell wieder gepusht. Lass direkt auf den Top gehen. Ich hab bitte... Ich sollte... Könnt ihr euch immer so engage in wie gerade eben? Nein. Eigentlich nicht. Weil wenn es nicht geht, dann bleib ich... Wenn wir nicht vorne stehen, dann bleib ich... Ja, ich steh... Dann stand ein bisschen vorne. Wollte ich schon einen sehr guten Engage haben, ne? So, dass Chase mich, ja? Ich glaub schon, dass es halt schwer ist zu überleben. Ja, wenn wir nicht gegroupt sind. Glaub ich auch. Also, das ist... Ich mein... Bist du fein? Ja. Weil wenn ihr mich chasen, fighten wir das beide, ja? Die Top Wave ist eigentlich ziemlich geil für uns, Guys. Mordkaiser kann mitbleiben. Wir bleiben... Wir gehen direkt Top Wave bassen. Immer noch kein TP, okay? Ja. Wir haben Nash für 40. Die können euch straight wieder engage in. Ich bin nicht da. Ja, lass mal... Lass mal dann... Der Vego ist gerade gebased. Vego ist gerade gebased. Lass, wir haben noch Time. Ich bliffe sie. Oh, okay. Wir sind sie hier. Ornn ist hier. Wir werden wieder für den Engage gucken, ne? Wir haben einen großen Wave. Wollen wir den Jarl nicht zuerst einnehmen, zusammen? Ja, ne? Lass erst noch die Witz Wave pushen. Jetzt können wir Jarl einnehmen. Jetzt laufen wir eine Erstaunung. Ich würde einfach reilaufen. Ich fighte, wenn die kommen. Okay. Da Leona. Ich gucke. Okay, ne. Lass nicht den Engage spielen. Ich kann bitte nicht einfach so pushen. Ich denke. Gucke. Ja. Nash ist eh jetzt raus. Also, ich spiele... Wir werden hier sofort wieder Engage spielen. Ja, es hilft, das Mitte zu spielen. Nee, allerdings ist es low. Catelyn ist gar nicht so healthy. Wir brauchen auch nicht mehr. Wir haben 4 bekommen. Ist okay. Also, wollt ihr raus, oder was? Ja. Ja, wenn ihr was habt. Aber Nash ist raus. Catelyn ist healthy jetzt spiel. Catelyn muss jetzt base in. Pinkwort das mal bitte. Ich push mit ihr noch eine Wave. Vorsicht. Nicht am Twitter. Der ist hier. Der wird sich in den Busch wieder sneaken. Der wird in den Busch da. Ich gehe wieder zu euch. Auf der Wave. Wir laufen dann auch auf. Ja, okay. Okay, gut. So, und jetzt einfach... Ja, ja. Ja, schön ruhig jetzt. Genauso. Endlich hat immer noch keinen Sonjas. Ich werde nur ihn holen. Vorsicht, ne? Der Video kann ich da hoch machen. Chuchu. Ja, wir schütteln gerade was anderes. Aber... Ich habe es meine. Ich will den Pott holen. Das kannst du machen, ja. Wir wollen das alles zusammen machen. Nein. Ich habe nicht genug Gold. Ich gehe auch nicht. Ich gehe auch nicht. Ich brauche drei Items. Champion. Game entscheidend. Dann hol ich auch nicht. Dann hol ich auch keinen. Okay. Wenn der seine Stopwatch nicht kauft, ne? Dann sollten wir immer den Bursten. Der ist jetzt... Papier. Da sind wir zurückkeiten ohne das Ding. Gehe ich jetzt Bott. Stimmt. Ich gehe in Frontline. Ist immer so free to kill. Können wir Wisch nicht reinholen? Ich gehe in der Nacht. Ich muss ihn jetzt gleich catchen. Wir haben hier Killing gesehen. Wir können hier rein. Drop euch im Board und gehe weg. Ich habe TP diesmal. Und dann? Oh. Oh, dann wieder nexion. Vorsicht. Next wave. Ein bisschen vorne annehmen. Ein bisschen weiter vorne annehmen. Er hat Iyaeign. Ja. естopwatch. Aber wir gehen trotzdem los. Ich hab TP. Ich nehme es sehr vahre an. Können wir hier nicht sogar? Lass mich noch eine Wälder vorstelle. Dann bin ich da. Ja okay, bitte. Okay. Die haben aber die selben Wave. Ich kann auch die Wave TPen, wenn ihr den Fight haben wollt, ist auch gut. Die move jetzt hier rein. Die laufen einfach rein. Also du hast ein Plank hier, ne? Ja, ich kann rein TPen. Ja, dann ist das nicht gut. Ich TP, ich TP. Die haben alles verfehlt damit. Alles raus. Catelyn. Wir kriegen Leone erstmal. Nice. Catelyn, Catelyn, Catelyn. Nein. Ich hab Zillers, ich hab Zillers. Wego, 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 wego. End. I think we can't. It's nur On. On hat keinen Flash. Wir könnten Soul und Nash nehmen. Ja, lass aber in der Mitte. Wir sind vier Mann. Oder nicht? Halbwünse. Actually ist es vielleicht risky. Wir kriegen auf jeden Fall In-Hip und dann können wir... Wir kriegen Exit Dragon anyways. Genau. Ja, lass das In-Hip, lass In-Hip, Soul, oder? Lass mal so viel pushen wie es geht. Nein, 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 nein. Das ist actually genug. Nein, wir wollen auch Nash. Nein, 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 lass es actually adden. Wir trusten. Entweder wenden, aber wir nehmen nicht eine Exit Turret. Ich denke... Ja, ihr habt es, ihr habt es. Einfach durchziehen und ihr habt es. Einfach durchziehen und ihr habt es. Gigi. Kommen wir? Nein, okay. Wir treffen uns unten. Ja, wir treffen uns unten. Ja, wir treffen uns unten. Echt, die Geist, ändert sich noch. Wenn wir mit der Situation gesagt, würden wir niemals zu Competitive enden. Boah, das war aber an. Nein, nein. Das war so ein Ding, wo ich einfach argue, truste, fertig. Das ist so ein Ding, wo ich eigentlich nicht truste. Also wirklich nicht. Also wirklich nicht. Also wirklich nicht. Wir haben das. Serious. Ja, das ist geil, das ist geil. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Seel und... Nein, ist egal.